so weiter geht die reise ach was ein bisschen Spucke geht ab wieder so 5 4 3 2 1 los rechts 4 durch senke mittig halten über Kuppe rechts 6 60 durch senke links 3 rechts halten über Welle links 1 Kuppe nicht schneiden in rechts 2 lang in links halten über Kuppe die sind nebenher es gar nicht nichts reden in links 2 Kuppe 60 links 6 auf der Kehre links innen halten 60 über Kuppe rechts 3 in links 2 durch senke in rechts halb durch senke links 4 über Kuppe rechts 5 rechts 3 in links 2 durch senke in rechts halb durch senke links 4 über Kuppe da wollte er sich wieder überschlagen ich finde es nicht so schön wieder langsame das ja ist ja gut wenn ich über schlacken ist ja tu das rechts 5 links 4 in 90 Grad links links 3 rechts 5 rechts 6 durch senke rechts 4 Kuppe vielleicht sprung rechts 6 über Kuppe 60 links 6 Kuppe senke rechts 6 links 6 rechts 5 Kuppe nicht schneiden links 6 links 6 über Kuppe 2 über Kuppe nicht schneiden rechts 5 links 6 rechts 1 über Kuppe links 3 rechts 4 in links 6 150 rechts 4 links 1 Welle senke nicht schneiden rechts 5 über Welle Alter nervt das ja extrem links 5 wie geht der dieses hoch ey links 6 auf der Kehre links innen halten 60 Kuppe links 5 rechts 3 rechts schneiden 90 Grad rechts rechts 4 links 5 links 6 rechts 5 links 5 über Welle Achtung Kuppe rechts 1 links 4 rechts 2 links 3 rechts 4 in offene Kehre links lang durch Senke nicht schneiden in rechts 6 links halten über Kuppe rechts 5 60 links 6 Kuppe Senke rechts 6 links 6 rechts 5 Kuppe nicht schneiden links 6 rechts halten über Kuppe links 3 nicht schneiden rechts 4 in links 6 60 rechts 6 60 durch Senke links 3 links 3 rechts halten über Welle 80 über Welle sofort noch Bekehre rechts innen halten rechts 6 links 6 so gut wie ein bisschen auszuholen und vorne zu liegen 60 links 6 rechts 5 links 5 über Welle Achtung Kuppe rechts 1 links 4 links 5 rechts schneiden rechts 3 90 Grad rechts rechts 4 links 5 rechts schneiden rechts 3 in links 2 durch Senke in rechts halten durch Senke links 4 über Kuppe rechts 5 links 1 Kuppe in rechts 2 lang in links 2 Kuppe 60 in links 6 bis Ziel langsam zum Marsch so das haben wir schon mal geschafft wieder mit 6 Wertungsprüfungen geht das ist sehr gut gelaufen tolle Wertungsprüfung gut gemacht so Teil 4 ist etwas genauso lang die nächsten Teile sind etwa gleich lang also zumindest immer wieder vorne ach Gott ja gut über 15 Kilometer dann haben wir zumindest auf 1 gesetzt das Auto Teil 4 jetzt na komm jetzt hab ich was ich sehen ja da sind wir auch gerade ehrlich bin sie mir egal ich bin scheiß auf die 1900 egal alles gut die Maximalgeschwindigkeit werden wir schwer erreichen der Turbo ist kaputt schon wieder 5 4 3 2 1 los in rechts 3 Kuppe links Kuppe dieser Nebel der hat gerade so extrem ja links 6 auf der Kehre links macht das auf jeden Fall noch mal richtig schwer ach der muss irgendwie in den Baum rutschen ne links 2 durchsenke in rechts 2 durchsenke links 4 überpuppe rechts schneiden rechts 5 links 5 rechts schneiden rechts 3 90 Grad rechts rechts 4 links 5 links schneiden rechts 6 links 4 rechts 5 links 6 überpuppe durchtor links 6 durchsenke links 4 überpuppe durchsenke links 6 mitt fifty halb überpuppe 60 Kuppe senke rechts 6 rechts 4 überpuppe durchsenke mitt�리 halb überpuppe rechts 6 links 4 rechts 3 links 6 überpuppe 80 Kuppe senke rechts 6 Rechts 4, Überpuppe Durchsenke, mittig halten, Überpuppe Links 6, Überpuppe Links 6, Überwette, rechts 3 Links 6, Überpuppe Rechts 6 In links 2, dann macht auf Überkreuze, 60 Rechts halten, Überpuppe Links 3, mit schneiden Rechts 4 In links 6, 60 Links 3, Durchsenke Mittig halten, Überpuppe, 60 In offener Kehren, rechts lang 60 durchsenke Links 3, Überpuppe Rechts halten, Überpuppe Links 3, nicht schneiden Rechts 4 In links 6, nicht schneiden 150, links 5 Links 3, Überpuppe, nicht schneiden Rechts 6, Überpuppe Durchtour, 60 Links 6, Überpuppe Links 6, Überwette, rechts 3 Links 6, Überpuppe Links 3, Durchsenke Mittig halten, Überpuppe, 60 In offener Kehren, rechts lang 60 durchsenke Links 3, Überpuppe Durchtour, rechts 6, 60 Durchsenke, links 3 Rechts halten, Überwette Rechts 2, Links 3, Rechts 4, Rechts 4 In offener Kehren, links 6, Überpuppe, 60 Ist das lächerlich Randomer, warum wird 50 Sekunden Rechts 5, links 5 Links 5, links 5 Links 1, gucke In rechts 2, lang Komm schon Alter, ja Das war's Ach man Das war's Ich komm nicht raus, nicht schreckt wieder Jetzt Das hat mir richtig Zeit gekostet Ich hatte schönen Zeitvorsprung Weil ich mich einfach nicht durchlassen wollte Rechts 4, links 1, Welle, Senke, nicht schneiden Rechts 5, Überwette Links 5, ich komm aber nicht vorbei Rechts 6, 80, gucke, sofort Rechts 2, in links 1 Rechts 1, Überpuppe In links 2, lang Achtung, gucke, sofort Rechts 1, nicht schneiden Links 5, nicht schneiden Rechts 3 90 Grad rechts Rechts 4 Links 5, nicht schneiden Links 5, rechts 4, Überpuppe Links halten, durchsenke Rechts 2, durchsenke Links 3, nicht schneiden In links 6, durchsenke Links 4, Überpuppe Nicht schneiden In links 6, durchsenke Und rechts 3, nicht schneiden In links 2, durchsenke In rechts halten, durchsenke Links 4, Überpuppe Nicht schneiden Rechts 5 Links halten, überwennen Gut sei Dank Gut sei Dank Gott sei Dank Geschafft ey Perfekt Super Ergebnis Gut gemacht So Der nächste Teil Wieder was kürzer Halbwegs zumindest So Halbwegs 6,49 km Der letzte Teil Nochmal mit 10 km Aber jetzt erstmal Noch der kleine Teil Eiei Ei, ei, ei Ich weiß auf die Sauber Wert ist bekannt Die Maximalgeschwindigkeit werden wir schwer erreichen. Der Turbo ist kaputt. Immer noch, ja. Da auch was. Rechts 3, in links 2, links 6, offene Kehre, links, innerhalb, wegschneiden. 60 über Kuppe, in links 6, Kuppe 60, in rechts 3 über Kuppe, links 5, Senke 86, überwenden, sofort offene Kehre, rechts, innerhalb, rechts 6, links 6, rechts 5, links 5, überwenden, Auto, Kuppe, rechts 1, links 4, links 6, offene Kehre, links, innerhalb, wegschneiden, 60 über Kuppe, links halten, überwenden, rechts 6, durch Senke, in links 6, rechts halten, überwenden, 60, rechts 2, links 3, rechts 4, in offene Kehre, links, lang, durch Senke, nicht schneiden, in rechts 6, links halten, überwenden, rechts 5, links 6, rechts 5, links 5, überwenden, Auto, Kuppe, rechts 1, links 4, in links 6, Kuppe 60, in rechts 3 über Kuppe, links 5, Senke, rechts 3, in links 2, durch Senke, in rechts halten, durch Senke, links 4, überwenden, links 4, überwenden, rechts 6, links 6, links 6, links 6, links 6, links 6, rechts 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 6, Ja, es kann auch sein, dass ich mich übrigens durchfahre, weil ich einfach bemüdet bin. Rechts 3, links 6, Überpuppe, durch Turm, 200, Achtung langsam, scharf rechts. Links 4, 60, Überpuppe, 130, links 5, links 3, Überpuppe, rechts steigen, rechts 6, Überpuppe, durch Turm, links 5, links 3, Überpuppe, rechts 6, Überpuppe, durch Turm, 180, Durchsenkel, mittig halbo, Übersprung, problematico, Durchsенный, durch Talm, 12, Mobelsenkel, rechts 6, rechts, rechts 6, rechts, Links 3, rechts halten, überwägen. In links 6, durch Senke. Links 4, überwägen. Ja, das ist auch der Gesamtsamtsamilie vorne. In links 6, durch Senke, runter. Links 1, Kuppe. In rechts 2, lang. In links halten, überwägen. In rechts 1, lang. Macht auf. In links 2, Kuppe. 150. Ist das liegen? Rechts 4, links 1, Späne, Senke. Rechts 5, überwägen. Links 5, rechts 6, links 5, nicht schneiden. Rechts 3, nicht schneiden. Überwägen, 80. In links 6. Bis ziel. Okay, fahr zum Marsch. So. Aber da habe ich noch mal einen rausgehauen. Und jetzt halt. Da habe ich mal 6 Sekunden rausgeholt. Das ist im letzten, im letzten Abschnitt. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Ja, die war auf jeden Fall gut. Die war auch halbwegs, die war auch halbwegs sauber. Also ich glaube nicht, dass er sauber gezählt wird, weil wir den Kontakt da mit dem Baum hatten. Da mal, hm. Mal gucken. Mal gucken. So, letzter Teil. Forge Lake. Der müsste dann noch mal durch sein. Der letzte Teil für heute. Vielleicht auch der letzte Teil für diese Woche. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich muss gucken, wie ich das jetzt gleich geschnitten bekomme. Wie ich das geschnitten bekomme. Wie ich das auch gelaufen bekomme. Kann sein, dass das die letzte Part dieser Woche ist. Kann aber auch sein, dass es schon der nächste Part für die nächste Woche ist. Ich weiß es noch nicht. Ich habe aber keine saubere. Okay. Das ist aber auch jetzt. Egal. So, jetzt haben wir... Die Streckenrecke ist gut gelaufen. Sollte ein gutes Rennen werden. Das ist gut. 7 Minuten 37, sagt er uns als Vorgabezeit. 5, 4, 3, 2, 1, los. Also. 1, los. 6, rechts halten, überpuppen. 60. Links 6. Offene Kehle links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 überpuppen. Links 5. Nicht schneiden. Rechts 3. Überpulsung. 80. Links halten. Überwände. Rechts 6. Durchsäcke. 1, los. Rechts halten. Überpuppen. 60. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. Jetzt haben wir so klar, dass wir wieder in die Baume rutschen. Wir haben wieder in der typischen Baume küsse. Rechts 6. Links halten. Überpuppen. Rechts 2. Damit war es das auch immer noch mit dem Sauber. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehle links. Klar. Durchsäcke. In rechts 6. Links halten. Überpuppen. Rechts 5. Runder. Überwände. Sofort. Offene Kehle rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehle links. Innen halten. Nicht schneiden. 60. Überpuppen. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überpuppen. Achtung. Kuppen. Rechts 1. Links 4. Rechts 6. Durchsäcke. Rechts 4. Kuppen. Gleichsprung. Rechts 6. Überpuppen. Links 5. Rechts 6. Überpuppen. Links 6. In offene Kehle rechts. Land. Durchsäcke. Links 4. Ja, das war mir so klar, dass der dann... Ja, das war mir so klar, dass der dann... In links 2. Links 6. Offene Kehle links. Innen halten. Nicht schneiden. 60. Überpuppen. Das war mir so klar. In links 6. Kuppe 60. In rechts 3. Überpuppen. Die tollen Hundertquedits für sauberfahren kann man abspinken. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überpuppen. Achtung. Kuppe rechts 1. Links 4. So eine Scheiß-Ecke die jetzt ausgehebelt hat. Offene Kehle links. Innen halten. 60. Überpuppen. Rechts 5. Durchsenken. Links 3. 60. Überwenden. Kuppe. In rechts 6. Rechts 6. Durchsenken. Rechts 4. Kuppe. Kleinspruch. Rechts 6. Überpuppen. Links 6. Kuppe. Senken. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Nicht schneiden. Links 6. In rechts 3. Überpuppen. 60. Durchsenken. Offene Kehle links. Lang. Nicht schneiden. Mittig halten. Überpuppen. Durchsenken. Rechts 3. 200. Achtung. Langsam. Scham rechts. Links 4. 60. Überwenden. Links 6. Rechts 4. Links 3. Nicht schneiden. Mittig halten. Überpuppen. Rechts 4. Überwenden. In links. 2. Durch Tor. Links 6. Überpuppen. 2. Überpuppen. Rechts schneiden. Rechts 5. Links 6. 100. Links 5. Links 3. Überpuppen. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpuppen. Durch Tor. 60. In rechts. 3. Überpuppen. 60. Durchsenken. Offene Kehle. Links. Lang. Rechts schneiden. Mittig halten. Überpuppen. Durchsenke. Rechts 3. 150. Links 5. Links 3. Überpuppen. Rechts 6. Überpuppen. 200. Achtung. Langsam. Scharf rechts. Links 4. 60. Überpuppen. Durch Tor. Durchsenke. Links 3. Kuppe. Rechts 3. Lang. Kuppe. Links 5. Rechts halten. Überpuppen. Links 3. Nicht schneiden. Rechts 4. In links 6. Rechts schneiden. 60. Links 6. Rechts 4. Links 3. Mittig halten. Überpuppen. Rechts 4. Überwellen. Nicht schneiden. In links. 2. Durch Tor. Rechts halten. Überpuppen. Links 3. Rechts 4. In links 6. 60. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60. Überpuppen. 80. Überwellen. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60. Überpuppen. Links 5. Rechts 4. Überpuppen. Links halten. Durchsenken. Rechts 2. Durchsenken. Links 3. Nicht schneiden. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwellen. Achtung. Kuppen. Rechts 1. Links 4. In links 6. Durchsenken. Links 4. Überpuppen. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenken. Runde 50. Überwellen. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Milch schneiden. 60. Überpuppen. So. Letzter Abschnitt. Links halten. Überwellen. Rechts 6. Durchsenken. In links 6. Rechts halten. Überpuppen. Runde. Überwellen. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwellen. Achtung. Kuppen. Rechts 1. Links 4. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenken. Wind schneiden. In rechts 6. Links halten. Überpuppen. Rechts 5. Rechts 5. Nicht schneiden. In links 2. Überpuppen. Rechts 4. Lang. Links 5. Überpuppen. Nicht schneiden. Bis ziehen. Na Gott sei Dank. Haben wir's. So, wir haben's geschafft, ey. Endlich. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Welcher Lob. Für die Scheiße, die ich hier zusammengefahren hab. Aber seit einiger Zeit mittlerweile. Egal. Wir haben die 25 WM-Punkte. Das ist das Allerwichtigste. Und dann fragt er keiner mehr, wie es zu sagen ist, wie gewinnen ist. Wir haben die 25 WM-Punkte. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist es auch das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Vielen Dank.